London, die größte Stadt der Welt, zittert vor einem Phantom. Der grüne Bogenschütze. Ein Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace gibt Ihnen tausend Rätsel auf. Sie müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Hören Sie, Bellamy. Bellamy ist gewarnt. Er weiß, dass wir ihn an den Kragen wollen. Wer ist denn diese Lamotte? Wenn der Schwein der Freund von der Haut ist, ist er bestimmt. Dann muss er auch der grüne Bogenschütze sein. Wer dem Geheimnis zu nahe kommt, ist verloren. Pausenlos ist die Polizei im Einsatz. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte? Hübsches Grün. Was? In der Farbe wollte ich mir letzte Woche einen Pullover kaufen. Das ist nur schade, dass Sie den grünen Bogenschütze nicht erkannt haben. Endlich hat er sich mal gezeigt. Jeder ist verdächtig. In diesem neuen Edgar Wallace-Film unter der Regie des Krimispezialisten Jürgen Roland. Sag dem Sargent, dass ich es nicht gewesen bin. Du gehörst an die Bar, du dummes Lüttler. Warum? Was? Sie suche eine Frau. Hier? Doch, das wüssten Sie! Jetzt beginnt die Festvorstellung, von der Sie gesprochen haben. Hoffentlich gefällt sie Ihnen. Ein Film voller Hochspannung. Der grüne Bogenschütze. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Bei uns nachdem ich arbeiten in der pivotalen Position des Krimispezialisten wurde ja noch auf. Und ich habe ihn mit der Tatooke aufgegriffen. Wenn ich wenigstens aus. Im Hintergrund habe ich den Umgebung des Krimispezialisten Jürgen. Mit einer meiner Saison hermannschaft in der Tatooke habe ich finde das Krimispezialisten Jürgen. Ich habe mich im Hintergrund nach einem Schimmetz. Schlag Els, dass die Schimmelisten Jürgen auf Cola erinn ungefähnt. Untertitelung des ZDF, 2020